So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Eigentlich hatte ich ein anderes Video für heute endlich geplant, aber egal. Wir verschieben es natürlich schon wieder, wir verschieben auch noch das, ne, kurz immer Go-Face-Video, wir verschieben alles. Denn die August-News, beziehungsweise der August-Kalender ist da. Da sind ja sowieso wieder Events drin, die alle einzeln auch nochmal irgendwann ein Infovideo kriegen und so weiter. Aber euch interessiert ja immer die Raid-Bosse im nächsten Monat. Ist da was Interessantes dabei? Ist da was Gutes dabei? Lohnt sich da was? Hat man da Bock? Gibt es was Neues? Was sind die Mega-Raids? Was sind die Spotlight-Stunden? Jetzt ist sogar direkt auf Englisch, auf Deutsch gestern, Englisch vier kleine, Deutsch eine große, die aus den vier kleinen besteht. Das kennt man ja gar nicht mehr. Wow! Das heißt, ich kann heute direkt schnell aktuell ein Video dazu machen. Featured Pokémon, Inhalte im August. Wir hatten jetzt ja Arctos im Juli drin, ja. Da war es wichtig, sich abzukühlen im Juli. August heißt, es brennt nochmal nach. Da kommt also Lavados, steht hier. Also es ist Lavados, es ist Voltolos, es ist Xerneas. Oben auf dem Bild angezeigt als die drei Vorreiter. Irgendwie muss ja auch wieder das Kanal-Maskottchen für August bestimmt werden. Ich weiß, Xerneas wird da sicherlich und Lavados in der Abstimmung mit drin sein, aber ich denke mal auch sowas wie Mega-Aerodactyl und Mega-Prudolanda. Da habe ich schon meine vier Dinger zur Auswahl, aber das seht ihr dann im Community-Tab. Da wird es wieder eine Abstimmung geben. Inhalte im August, Raid-Kämpfe der Stufe 5. Lavados kommt also in die Raids, 3. bis 12. August. Markiert es euch im Kalender. Gleichzeitig in dem Zeitraum, ihr seht es unten drunter. Ich kann aber mit der Maus hier rumfummeln. Das ist Lavados hier oben. Hatte einen Raid-Day damals. Ist ganz cool. Guter Feuerangreifer, super Flugangreifer. Ist nützlicher als Arctos meiner Meinung nach. Ach, deswegen kann man den gerne mal mitnehmen. Während Lavados im Raid ist, 3. bis 12. Ist im gleichen Zeitraum auch Mega-Aerodactyl im Mega-Raid. Das finde ich besonders cool. Denn ich habe ein Aerodactyl erlöst zu einem 100%igen, was ich jetzt die ganze Zeit schon als Buddy habe. Einfach nur, um den mal auf Level 50 zu pushen. Bam. Ich kann den aber nicht Mega entwickeln, weil ich keine Mega-Energie habe. So, jetzt ist also Mega-Aerodactyl dann in den Raids. Ich kann also Bonbons machen. Ich kann Mega-Energie sammeln. Ich kann XL-Bonbons vielleicht und so weiter. Das ist cool. Da freue ich mich drauf. Fände ich sogar interessanter noch als Lavados. Dann haben wir ab 12. 12. bis 21. August kommt Voltolos in die 5er Raids. Und gleichzeitig auch Mega-Kangama in die Mega-Raids. Das Voltolos an sich in der Tiergeist-Form ist mega krass und genial. Hier in dieser Wolkenform ist das jetzt nicht so spektakulär. Da weiß ich nicht. Ich muss da auch nicht unbedingt so viel machen. Wenn dir das Shiny noch fehlt, dann macht das halt. Aber das gilt ja bei allen. Mega-Kangama habe ich, glaube ich, auf dem Habanero-Account schon entwickelt. Ist auch schon Stufe 3. Vielleicht da noch ein bisschen was sammeln, um den noch ein bisschen hochzuziehen. Oder noch ein besseres Exemplar. Aber finde ich beide eigentlich uninteressant. Finde ich Lavados Mega-Aerodactyl besser. Dann 21. August bis 3. September. Hier wird es eigentlich richtig cool. Denn hier kommt Gesehneas in die Raids. Und der war noch nicht so oft da. Ist mega hübsch. Wird auch in der GBL ab und zu mal genutzt. Äh, das Shiny ist verfügbar. Ist richtig toll. Ist also was, worauf sich viele Leute immer freuen. Gleichzeitig ist auch Mega-Brutalanda da. Der eben der Beste ist. Also von allen Pokémon, die hier angezeigt werden, finde ich Mega-Brutalanda irgendwie am coolsten. Da habe ich, glaube ich, auch noch keins entwickelt. Zur Mega-Entwicklung gemacht. Da bräuchte ich auch noch irgendwie paar Bonbons, paar XL. Shiny nicht, aber Mega-Energie. Das heißt, Gesehneas Mega-Brutalanda ist für mich die coolste Hälfte. Lavados Mega-Aerodactyl auf Platz 2 und auf Platz 3 hinten abgeschlagen. Voldolos und Mega-Kangama. Was eure Favoriten und Ziele sind, könnt ihr mir ja wieder unten reinschreiben. Raid-Stunden daraus resultieren sich dann am 7. August Lavados, am 14. August Voldolos und am 21. August Xerneas. So wie am 28. August Xerneas. Jetzt kommen wir noch zu den Rampenlichtstunden, weil die auch unten drunter stehen. Also Raid-Stunden immer Mittwoch, 18 bis 19 Uhr. Rampenlichtstunden immer am Dienstag, 18 bis 19 Uhr. Da haben wir am 6. August Rotomurf. Ist ein cooler Bodenangreifer. Ist auch nützlich in der GBL. Kommt ihr auch mit Doppeltfang-EP. Nehmt es euch mit. Am 13. August haben wir dann Lilieb Doppeltefang-Bong-Bongs. Ist glaube ich jetzt nicht so nützlich, aber sieht als shiny auch cool aus. Dann haben wir am 20. August Menki mit Doppeltverschick-Bong-Bongs. Nehmen da da halt noch ein bisschen was mit. Genau, aber Menki ist jetzt auch nicht so stark. Auch wenn der jetzt EBITAF auch noch als letzte Entwicklung da hat. Wer da noch ein gutes Exemplar braucht, okay. Mein Favorit wird wahrscheinlich sein Magnetilo, 27. August. Doppelte Entwicklungs-EP. Ich sehe diesmal also keine Rampenlichtstunde mit Staub. Aber Magnetilo ist einfach ein Stahl-Pokémon. Kannst ja deine Stahlmedaille pushen. Ging früher immer nicht so gut. Hast ja immer viel Zeit gebraut. Das ist Magneton, Magnezone. Einfach ein richtig tolles Elektro-Pokémon auch. Wo ich auch gucken wollte, vielleicht mir eine kleine Krypto-Armee aufzubauen. Und dafür brauche ich aber Bon-Bongs. Und wenn da ganz viele sitzen, kann man dann natürlich auch Bon-Bongs machen. Krypto-Rates. Krypto-Sykuhn erscheinen an Wochenenden im August. Bei Krypto-Rates haben wir damals mal ein Video drüber gemacht. Waren vor Ort Krypto-Sykuhn. Brauche ich auch gar nichts mehr. Ist auch meiner Meinung nach unnütz. Also ist auch nur vor Ort möglich. Kannst du nicht einladen. Werde ich wahrscheinlich gar keins machen. Und an Events, was für euch noch interessant ist. Wo es auch dann noch ein extra Video zu geben wird. Gleich im Anschluss. Beziehungsweise dann den Tag später. Zweiter bis zwölfter August. Die Abenteuerwoche. Die war immer cool. Weil da häufig auch Gesteins-Pokémon. Oder naja. Am Aerodactyl passt einfach dazu. Und auch halt andere Fossil- und Boden-Pokémon. Oder Gesteins-Pokémon. Da im Vordergrund standen. Da immer ganz viel auch mit EP und so rumhantiert wurde. Drehst den Stopp. Kriegst gleich zehnfache EP. Für den ersten Stopp, wenn du den noch nie gedreht hast. Machst du hier, machst du da. In drei Tagen Level 40 erreicht manche Leute mit der Abenteuerwoche. Was es dieses Jahr in der Abenteuerwoche geht, seht ihr aber in einem extra Video. Dann haben wir hier 8. bis 12. August. Das ist also mitten im Event startet. Noch ein Event, das zur Abenteuerwoche gehört. Und heißt Abenteuerwoche Übernahme. Gibt es da wieder Rüpel? Gibt es da eine neue Rocket-Invasion? Die dann gezielt mit Gesteins-Pokémon daherkommt. 2. bis 12. Abenteuerwoche. Ab 8. bis 12. die Übernahme. Dass also in der Abenteuerwoche ab der Hälfte dann es noch fetter wird. Vielleicht ist deswegen die erste Hälfte der Abenteuerwoche auch nicht so interessant. Wie manche jetzt schon sagen. Ihr werdet es ja noch sehen. Weil die zweite Hälfte dann noch fetter wird. Und weil das bis zum 12. August geht. Diese Übernahme kommt vorher am Wochenende, 10. und 11. August noch das Krypto-Raid-Wochenende dazu. 6 bis 22 Uhr. Also Krypto-Raid-Wochenende. Das heißt wirklich nochmal, da wird was gemacht mit den Kryptos, mit den Rübeln, mit Giovanni. Mit allem. Das ist ein Dreierpack an Events, was alles irgendwie ineinander greift und zusammengehört. Und alles im Rahmen der Abenteuerwoche. So, dann ist die Hälfte vom August auch schon wieder um. 16. bis 20. August. Die Pokémon-Weltmeisterschaft 24. Und Go-Kampf-Wochenende. Himmlisches Teamwork. Go-Kampf-Wochenenden sind eigentlich immer chillig. Da gibt es meistens eine Forschung, wo du nur 10 Mal kämpfen musst oder so. Ein paar effektive Ladattacken raushauen musst. Du kriegst eine Top-Lade-TM hinterhergeworfen. Die ist auf jeden Fall nützlich. Die sollte sich jeder holen. Und vielleicht auch ein kleines Event wieder zur Weltmeisterschaft. Vielleicht gibt es wieder ein neues Pikachu. Wieder mit einem anderen Muskel-Shirt oder so. Oder mit einem blauen Auge. Wer weiß das schon. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. 18. August. Das ist dann hier irgendwie dazwischen. Der Community-Day-Classic im August. Jetzt haben wir den neuen Sea-Day schon angekündigt. Mit Robbal Ende August. Ich habe gedacht, boah, das ist ja noch ewig hin. Aber ihr seht, am 16. oder heißt das 18. Am 18. August. Ich muss zum Augenarzt. Ist ein Sea-Day-Classic noch. Zwischendrin. Was wird das sein? Was Steiniges. Lavita. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. 23. bis 30. August. Dann Vereinder Triumph. Also auch ein Event. Und 31. August. Community-Day im August. Wo wir ja wissen, das ist Robbal. Das waren jetzt eigentlich direkt schon alle News. Also das hat Spaß gemacht, das diesmal vorzulesen. Auch kein Rätselraten bei den Events. Keine englische Sprache. Einfach so wie es ist. Also Lavados ganz cool. Mega Aerodactyl. Chillig. Xenia ist ganz cool. Mega Bruder Lander. Mega. Was sagt ihr? Habt ihr Bock auf die Abenteuerwoche? Wie die sich dann steigert und da rum macht? Wollt ihr eine Top-Gradis-Lade-TM? Freut ihr euch auf die Sea-Days? Wieder zwei Stück. Das ist der August. Was sind eure Ziele? Was sind eure Favoriten? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, 4 out. Euer Ramses. Bis dahin.